6.13 Uhr, guten Morgen. Was haben meine beiden Kolleginnen Marlene Lufen und Nadine Krüger gemeinsam? Nicht die Haarfarbe. Nee, aber ihr wart beide schon mal im Badeanzug, im Fernsehen. Du beim Turmspringen, ne? Und Nadine eigentlich vor vielen, vielen Jahren im Fernsehballett oder im Ballett von Friedrichstadtpalast. Genau. Und jetzt auch im Fernsehen, denn Nadine ist für uns nochmal in das Kostüm gestiegen und nochmal in den Bottich gesprungen. Ja, und das ist so schön. Nadine im Wasser und in der Luft. Nadine, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Doch eigentlich war das so ja gar nicht geplant. Tatort Berlin, Friedrichstadtpalast. Bum, 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 mein Herz klopft. Hier habe ich, da war ich ungefähr so groß, Synchronschwimmen betrieben in dem Bossen im Friedrichstadtpalast. Die proben ja gerade für eine neue Revue, für die Key-Revue jetzt im Herbst. Exklusiv-Führung mit dem Intendanten. Die Räume ansehen, wo man als Kind glücklich war. Davon hat Nadine schon lange geträumt. Nee, das glaube ich ja nicht. Das sind, nee, jetzt mal ohne Quatsch, das sind 1 zu 1 die Anzüge, die wir ja anhatten damals. Guck mal, da stehen ja sogar Namen noch dran. Wie witzig ist das denn? Böhm. Mit denen wir damals geschwommen sind bei die Sonne. Da hatten wir halt so ganz Körper-Lycra-Anzüge an. Und dann halt Dutt und dann obendrauf halt eben so eine kleine Krone noch. Und dann waren wir die Sonnenstrahlen. Doch von den alten Zeiten zu reden, ist eine Sache. Hat Nadine auch den Mut, etwas vorzuführen? Und da du so eine Wassernächste bist hier und auch bezaubernd aussiehst, haben wir uns eine Überraschung überlegt. Möchtest du denn mal vielleicht in einer großen Wasserszene mitmachen mit diesem Outfit? Bernd, willst du es wirklich sehen? Ich bitte. Danke für das Vertrauen. Tata. Ich bin schwer begeistert. Ja, die Größe passt wie angegossen, würde ich jetzt sagen. Aber ist gut, weil man kann schön so die Bauchmuskeln trainieren. Man kann fast gar nicht mehr atmen. Schnelle Entscheidung. Nadine hat sich überreden lassen und will jetzt zeigen, was sie im Wasser drauf hat. Das ist ja das Wasserbecken, das kennst du. Wir sind ja immer unten eingestiegen und dann ist das Becken mit uns, so wie jetzt gerade eben hochgefahren. Oh, was ist denn das Ton? Das ist in der Mitte. Das ist ein Kronleuchter, das ist ein Bestandteil in der neuen Show und das ist der Kronleuchter. Der wird dann quasi aus dem Wasser gezogen, durch einen toller Lichteffekt. Das ist super. Ja und hier stand ich dann als kleiner Frosch, war immer so. Oder als Sonnenstrahl. Ja. Kurz vor der Wende als zwölfjähriges Mädchen hat Nadine hier im Berliner Friedrichstadtpalast mehr unter als über Wasser ihre ersten Erfolge gefeiert. Das Wasser ist schon warm. Ich bin nicht auf dem Boden aufgekommen. Das Bein kam noch hoch und mir ist es toll. Aber es war natürlich als Kind ein komplett anderer Schnack, weil wir waren natürlich zu sechs, siebt im Wasser und total aufgeregt damals. Wir hatten unsere Choreografie und das war jetzt eher so ein bisschen Freestyle. Finale Proben mit dem Kronleuchter in die Luft. Für Nadine eine echte Mutprobe, denn was sie vorher nicht verraten hat, Nadine hat Höhenangst. Wir können dann auch irgendwann stoppen. Ist denn bisher schon jemand hier hochgefahren? Nein, du bist der erste. Die erste Frau auf dem Mond hier. Das ist die TÜV-Probe, die wir jetzt hier machen. Wir machen die TÜV-Probe gerade mit dir. Ja natürlich ist schon jemand hochgefahren. Runter aber auch? Auch. Und beim Runterfahren ist sie dann doch schon wieder ganz entspannt. Oh, das ist das Schöne hier. Man hat passend zum Kostüm auch noch jemand, der sich drum kümmert. Vorhin waren es fünf Frauen. Ist egal, das macht nichts. Ich zieh mich einfach hier vor Ort aus. Mach das Ganze dann nackt und wir sehen uns dann beim Frühstücksfernsehen wieder. Wenn das mal kein Versprechen war.